Wir von BRIVE senken Kosten, indem wir die Fahrweise von Fahrern verbessern. Ich hoffe, dass wir einen positiven Beitrag zur Mobilitätswende leisten können, dass wir die Daten, die bei uns anfallen, positiv nutzen können, dass der Verkehr besser fließt, dass Verkehr multimodaler wird und dass wir so quasi ein Stück weit grüner werden. Das Team macht super viel Spaß, mit Leuten, die unterschiedliche Ansichten vertreten, zusammenzuarbeiten. Wir haben es ja selbst gegründet, deswegen haben wir auch Berufserfahrung und wir haben Sachen gesehen, die nicht so gut liefen. Und jetzt macht es super viel Spaß, sein eigenes Projekt auf die Beine zu bringen, mit den eigenen Regeln, mit den eigenen Wünschen, die man so hat im Büro oder wie auch immer, zu verwirklichen mit dem Team. Es hat uns sehr geholfen, also einmal der Wettbewerbsbeitrag selbst. Da muss man nochmal reflektieren, wo will man eigentlich hin, was ist die Strategie. Und das zweite war natürlich die Reichweite zu potenziellen Investoren, zu potenziellen Kunden aber auch. Und wenn man einmal drin ist, kommt man häufiger zu Veranstaltungen, wird man eingeladen, zu weiteren Events. Und deswegen ist es sehr facettenreich, die Vorteile des Gründerwettbewerbs. Die Strecke ist sehr wichtig. Die Strecke ist sehr wichtig. Die Strecke ist sehr wichtig.